Müsst du mal ein bisschen Licht anmachen? Komm mal hier. Sehr geil. Filmst du, ne, filmst ja gar nicht. Doch. Echt? Scheiße, wir sind hier mit der Schuhe. Wir sind hier mit der Schuhe. Wir sind hier mit der Schuhe. Geil, wir sind noch nicht schon erzählt. Vergessen wir mal. Was auch machen wir für uns? Es macht immer Werbung. Tully Frutti. Kondome mit Geschmack. Das ist gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Steh den mal da drin, Dieter. Nein. Geil. Erstes Franzi. Hm? Ich hab schon so viele Fotos von euch gemacht. Die hätte ich ja mal mitbringen können. Ja, wir haben noch gar nicht gesehen. Die ersten Fotos. Oh, nee, das ist so ungemütlich. Wir haben die Fotos von Silvester schon längst erzückelten. Wir haben ja noch nicht gesehen. Silvester hab ich auch noch nicht gesehen. Nee, Silvester war ja auch nicht. Da hab ich noch gesehen. Ein Fotogastro. Ein einziges Fotogastro? Nein, ganzer Film. Nein, ganzer Film. Ganzer Film. Sie hat nicht so viele gesehen. Sie hat nicht alle gesehen. Hast du schwöre Salat gegessen? Boah. Das ist aber kein Nubelsalat. Das ist andere. Mach das. Weißkosin. Nein, das ist Weißkosin. Kino. Oh, nee. Oh, der fehlt uns. Hör doch mal auf mit so nem Scheiß. Ja, Alter. Ich hab ja sehr kalt gesehen hier. Hier ist auch noch welcher. Boah. Hör doch mal hier. Fiese, Fiese. Ey. Das ist sie ja, wie die heiße Verräterkamera. Da haben wir schon einige Sachen sehen, die waren gar nicht so jugendreif. Eiswürfel. Wer braucht hier Eiswürfel? Drei. Drei. Drei oder vier. Ja. Hör doch mal hier. Hör doch mal hier. Nein, ich hab keine Geschichte. Ich hab kein Leben so. Ich steh ja nur so. Hör doch mal hier. 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 Tom muss mir aus deiner Wohnung raus. Ich krieg keine Arbeit, du hast Ärger. Warum musst du aus deiner Wohnung raus? Wie kommt das denn? Hör doch mal hier. Wenn du mir mal ahnen willst, ey. Weil das Haus versteigert wurde. Ah. Wie lange ein Urteil? Hundert Jahre schon, ne? Drei. Drei hundert so ungefähr. Drei hundert Jahre. Drei hundert Jahre bestimmt, ne? Ne. Ne. So lange ist es noch nicht. Warte mal bitte so eine Scheiße. Seid ihr mich Franz gekennen? Du kannst auch gerne Sekt trinken, wenn du möchtest. Müsst du ein Glas? Ne, ich wünsch dir nicht. Wir kommen nicht zum Abschluss nur. Merkst du das? Schmeckt mir nicht. Ja, bitte. Ich würde gerne für euch Sekt trinken, aber... Wartest du Sekt? Na, nein. Ich trage sie gleich weg. Weiß nicht, Schreckt. Nimm mal nach. 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 Finde ich ja total geil. Was ist das denn hier für eine Zahl, die da mal weiterläuft? Was? Oba, wie machst du das denn wieder aus? Das war schrecklich. Das Gute ist ja, du kannst das immer wieder löschen. Nächste Woche kannst du dich antworten, Franziska. Ja, aufgeregt. Jetzt mehr erwarten wir, wenn das gebraucht kommt. Das hat er nur jeden zweiten Wechsel auf der Karte ist. Einer und drüben. Das ist ja eigentlich schon einfach. Das ist ja ja, ich schau. Das ist ja alles in der Karte oder nur einer und drüben. Das ist doch jeder Kommandagel. Der Karte oder andere. Soll ich noch zwei. Soll ich noch mal aufrechterlich, Alter. Nee, du musst noch auf der Wechsel auf der Wechsel auf der Wechsel. Wir haben ja auch eine Wechsel in der Wechsel auf der Wechsel. Ich hab's auch auf der Wechsel. Wir haben eine Wechsel auf der Wechsel. Das sieht voll interessant aus, man sieht nur so ein Fiegel durch. Die Geile Biola mit der Tierstuhla, die war so hart, die Geile Biola, im V-O-T, aber wir waren herbe. Als du geschlafen warst, sie wollte den Haaren rauslassen, die haben sie so gut angemacht, die war auch, Biola, Mando. Oh, udo, ich suche einen Grupp, und mag nur, das ist ja der Lieber. Er sagt, meine Güter hat einen Grupp. Das ist ja auch der Lieber. Die Kleidung ist ja immer schön. Ja, ja, ja. Super? Super. 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 Oh, der ist gut. Super ist gut. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020